Was können wir da rumringen? Was können wir da? Das ist nicht der Weg, was du willst. Sie beginnen zu schlauchern, kleine Leute. Vielleicht wird es dir sogar sehen. Griff ist noch nicht in charge, Vyra. Was hast du gesagt? Er ist in unsere Schmuckstelle, mit deinem ganzen garrison. Du hast nicht. Du hast mich verabschiedet. Er war da bei der Ordnung des Wartens des Norden. Roderick, wie kannst du? Jetzt ist es mein Geil, einen Deal zu machen. Der Sohn Griff für meinen Bruder Ryan. Wir wollen Ryan zurück und wir wollen ihn heute. Er wird nachgeben. Natürlich wird er das. Ryan! Mother! Roderick! Du kam, wie du sagst. Nein! Vater, nein! Was machst du? Du hast mich verabschiedet. Du hast mich verabschiedet. Mein! Lass ihn weg! Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist ein Kind. Ein Kind für ein Kind. Das ist nicht was wir... Blame ihn! Nicht ich. Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist nicht weg. Er ist 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 weg. Sie weg. Er ist weg. Und die Gottes haben sich beide疑ah, wenn die Bultons für ihre Erdrehen kommen. Jetzt geht's. Tja, so ist das im Leben. Ich bin aus dem Eis! Tja, so ist das ein kleiner Grafikpack da zu Beschluss. So, jetzt spitzt es sich hier langsam wieder zu. Hier ist es, der Ost-Watcher. Jetzt hör mal. Keine Ahnung, keine Ahnung, die Gäste kann lange leben, um das Beacon zu fangen. Denn wenn sie das tun, diese Invasion wird viel viel schwerer. Wie sieht es mit der Harpie aus? Wie ist das? Und wen haben wir da unten? Wir müssen diese zwei rausnehmen. Komm, los gehts. Besker! Hm? Es ist nichts. Es ist einfach. Ich verstehe es. Fokus! Wir müssen gehen. Diese Mission wird nicht für uns warten. Das ist alles, was du interessierst. Was ist das? Ich nehme ihn. Ich habe den anderen. Nicht gut. Hm. Ich brauche ihn nicht, um mich zu sehen. Hilf es! Was hast du gehört? Wir sitzen einfach außerhalb der Garten und warten. Mutter von Dragegern. Sie will uns schrauben. Aber sie wird es nicht. Ich brauche ihn nicht. Nicht, ohne dass sie es nicht. Was ist das? So. Das lief doch ganz gut. Wir spüren. Einer Gruppe geht hoch und versuchen, auf den anderen Seite zu fliegen. Was für sie? Das ist warum jemand hier muss. Sie werden hinter dem Cover und schrauben die Männer auf der Bühne. Nur nicht den anderen sehen. So? Was wird es sein? Hm. Stay below. Use the crossbow. Go above. Climb the wall. Let Kroff decide. Let Kroff decide. Du willst sein der Liedern? Du entscheidest. Ich gehe über den Top. Du einfach sicher, dass du den Weg zu erinnern. Hey. Da bin ich ja mal gespannt. ... ... Der wird sich getauscht. Oh und. Ja! Das war's mit ihm. Naja gut, dann müssen wir wohl einer schießen. Warten wir einfach mal, vielleicht dreht er sich hier wieder um. Oh, ich schießt ihn. Sehr gut. Du fühlst mich alles gut. Ich habe dich nie gesehen, dass du vorher nicht missbrast. Ich glaube, er hat den einfachen Job bekommen. Was ist passiert? Nicht wichtig. Keep moving. Quick, die Gäste sind auf dem Rücken. Wir werden es beherren. Warum man nicht rückwärts schleichen sollte? Jetzt sehen wir doch gar nichts. So. Wir schleichen uns mal vorsichtig vorwärts. So, sie sind eingesperrt. Und den holen wir uns. Na, das wirst du gleich wieder brauchen, mein Frank. Die gute Besska. Alles klar, da unten? Hey! Zack. Fast wieder im Actionfilm. Sie sind noch da oben. Auf der Seite. Geh sie raus und du bist klar, dass du das Beacon schaffst. Sie werden überrascht. Ich werde sie beobachten. Das war's für heute. So. Langsam vorwärts. Immer vorwärts. Und jetzt holen wir das. Zack. Das ist vielleicht besser als, äh, das ist von... Zack. Einmal hoch. Einmal nach rechts. Und er ist tot. Okay. Well, hello. Angler, schau mal raus! Schau ihn! Schau ihn! Geh! Stopp ihn! Oh oh. Oh, das war knapp. Gerade noch so. Aber wir haben es geschafft. So. Und ab nach oben mit uns. Zack. 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 Tja. Das war's wohl. Mit der Harpiele. Oh. Ich kann nicht glauben, dass du es getan hast. Croft! Croft! Oh. Nicht schlecht. Oh. Nicht schlecht. Tja. Da haben wir wohl die Harpiele zu Fall gebracht. Sehr gut. Das Son auf dem Winter. Du bist wieder schauelt. Und New Winter. Mit der Haare zuvor. Dann zurück in High Point hingang. Ich hatte deren Bebertglasen. Aber du wusste genau was du gemacht hast. Und jetzt wird Ryan nach Hause kommen. Er wird in seinem Bett schlafen, essen auf unserer Seite. Er wird hier, wo er gehört. Ich wusste, dass der Herr niemals schaffst. So, ein Whitehill ist ein Whitehill. Wie ein Forrester ist ein Forrester. Du hast deine Familie stolz, heute. Herr, schau! Wo ist alle? Wo ist jeder? Ein paar Pfeile? Blut? Dahlia? Herr Roiland! Wo sind die Glenmores? Wo ist jemand? Warte hier. Hm. Dabei lief es das so gut gerade. Komm schon. Geh nicht so schrecklich. Es war ein Schuss. Ich bin sorry, ich... Ich sollte lacht. Oder... Vielleicht, du denkst, du kannst du besser machen. Natürlich. Ich... 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 Ja, diesmal bin ich relativ überrascht, ich hab ziemlich viel gemacht, wie es, ich sag mal, die meisten gemacht hätten, so ungefähr, bis auf hier unten, da bin ich komplett außen vor, glaube ich, na gut, obwohl ein Drittel entscheidet sich hierfür, ein Drittel entscheidet sich dafür, sie ihn töten zu lassen und ein Drittel hält sie auf, so ungefähr, aber naja, wird schon passen, wird schon passen, aber wir mussten ja weitergehen, von daher, wie hat mir die Episode gefallen? Eigentlich ganz gut, besser als die letzten, bisschen mehr Action, ein bisschen mehr von allem, die Storyline war ein bisschen besser auch, fand ich, es fühlt sich nicht mehr ganz so an, als würde man eine verkappte Story der Stark spielen, was mich hier gerade ein bisschen nervt, ist dieser komische Strich, der da immer durchwandert, ich weiß nicht, woher der kommt, ich hoffe, er ist nicht in der Aufnahme zu sehen, dann wisst ihr nicht, wovon ich rede, das wäre natürlich besser, das hat wahrscheinlich irgendwas mit den Einstellungen am Monitor zu tun, hoffe ich, und nicht mit irgendwas vom Signal her, ähm, ansonsten, ja, ich glaube, die Entscheidung, die wir getroffen haben, war nicht ganz gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, genauso gut wie mir, und ich lasse jetzt hier noch den Abspann durchlaufen quasi, und dann sehen wir, was das nächste Mal ist, hier heißt Let's Play mit dem Brennmeister Game of Thrones, schaut auch mal bei meinen anderen Kanälen, bei meinen anderen Let's Plays rein, kommentiert und abonniert, wenn ihr Lust habt, ansonsten gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen runter, wenn nicht, und man sieht sich dann beim nächsten Mal, viel Spaß, tschüss. Zeit. Und dann können wir, wenn ihr Lust habt, ansonsten gebt, ansonsten gebt, ansonsten gebt, Untertitelung des ZDF, 2020